Hi. Willkommen zurück bei Citadel Forged with Fire. Viel Spaß. Schick. Hätte ich denn noch ein Dach? Alter, ich bin da durch ein Level aufgestiegen. Ja, wie viel brauche ich? Eine Menge Holz. So, wie drehen? Wie das? Ah. Eins. Zwei. Drei. Geil, ich habe ein Haus. Schick. Der Ekel wohnt jetzt hier. Hi. Da, das Ding will ich bauen. Ich brauche mehr Holz. So, da sind wir wieder bei meinem kleinen Hexenhäuschen. So. Wofür ist eigentlich der Thron? Was macht der eigentlich, den ich noch irgendwie nicht gelernt habe? Äh, habe ich doch gelernt? Hä? Das war aber ein Versehen. Ah, der sichert meine Butze. Und zwar kommt der hier an die Wand. Ja. Kann ich jetzt hier sitzen? Nicht? Habe ich jetzt eine Bubbel? Nicht? Muss ich den irgendwie aktivieren? Nee? Okay. Aber ich kann endlich, endlich meine Klamotten machen. Ah, ich verstehe. Nice. Take all. Okay, der Thron, der sichert halt, dass das hier meins ist. Meins. Perfekten Blick auf den Boss. Cool. So, jetzt hätte ich aber doch ganz gerne die Klamotten angezogen. Gut. Cool. Probe. Alter, richtig mit Umhang. Und Schuhe. Endlich habe ich Schuhe. Nice. Ach, auf Tab kann man Außenansicht machen. Ah, ich bin Gandalf der Krasse. Ich würde jetzt gerne... Ich habe jetzt meine Klamotte, meine Kuhle. Muss ich was töten gehen, damit ich im Level aufsteige? Damit ich... voll krass zaubern kann. So, ich mache jetzt die Orks fertig. Alter, die kehren mich doch bestimmt. Alter, ist er schnell. Verarsch mich nicht. Alter, verarsch mich nicht. Alter, der kann zaubern. Der kann zaubern. Der ist krass. Uh. Alter. Der stoßt jetzt doch ganz schön krass. Und... Ich habe sie besiegt. Take all. Geilo. Nice. Könnte ich jetzt hier irgendwie was kaputt hauen? Sodass es mir gehört. Okay, das Lager jetzt übernehmen. Gibt es hier was Cooles? Oh, eine Kiste. Okay. Da war eine Menge Leder drin. Okay. Das war doch relativ erfolgreich. Cool. Sieht denn das von außen aus, wenn ich laufe? Nein, so sieht es nicht aus so. Yeah, alter. Krasser Typ. Ja, renn du bloß weg. Du weißt ganz genau, was hier blüht. Das ist der Boss. Den bräuchte ich ganz sicher noch nicht angreifen. Ist mein Haus eigentlich eingezeichnet und verkartet? Nö, natürlich nicht. Mensch, hier war doch irgendwo noch ein Orklager. Da laufen wir jetzt in die völlig falsche Richtung. Was ist das eigentlich für ein krasser Touren? Das würde ich auch gerne wissen. Aber erstmal will ich mir eine Forge machen. Und dann gehen wir zum Turm. Ja, genau. Von hier komme ich. Nice. Boah, bin ich echt weit gelatscht, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Hat man gar keine Ausdauer? Da! Ich will euch töten. Ich verdrängte aber nur sieben. Perfekt. So, was ist er hier? Blutorg. Blutorg-Zauberer. Was ist denn alles Blutorgs? Down. Highest down. Highest down. Weiter Level 10. Da kann man bestimmt ein cooles Zeug machen mit Level 10. Hallo? Kiste. Hilf-Regeneration. Cooler Leder. Coole Lederrüstung. Ist gekauft. So. Oh, nee. Ecker. Nein. I. So, jetzt hab ich's. Ach, dann muss ich aber mal einen schicken Umhang für ablegen, ne? Nee, muss ich gar nicht. Ist sogar besser. Ah, ja, genau. Das ist Trinket. Bing. Gut. Ach, ja, ich bin im Level aufgeschrieben, ne? So. Was wollte ich machen? Die Forge. Learn. Gut. Was ist das hier? Workbench. Workbench to use to craft staff. Wends and broomsticks. Broomsticks. Ah, nee, broomsticks. Schade, ich dachte schon. Allerdings würde ich gerne. Kann ich noch ein Zauberlehr, ein neues? Und neun? Ja, so ein Lightning Bolt. Cool. Was ist das hier? Extract. So, jetzt dürfte das um einiges leichter sein. Ja, endlich. Oh, ja, das ist der beste Zauber, den ich je lernen konnte. Oh, ja. Oh, ja, ich werde jetzt so ein krasses Haus bauen. Na, Hirsch? Kann ich einfach hauen? Alter, das Ding macht ganz schön Schaden, glaube ich. Nice. Davon kriege ich auch Holz. Kriege ich überall Holz her. Oh, ja. Stein? Auch. Wie gut ist das denn? Was denn? Haus. Creator Haus. Okay, später. Mal gucken, ob ich Tim überregen kann, das mit mir zu spielen. Bestimmt. Meine Schwester wäre bestimmt auch dabei. Dann wären wir schon mal zu dritt. Mal gucken, vielleicht kann ich noch ein paar andere Leute dazu zwingen. Könnte ganz cool werden. Dann könnten wir uns auch auf einen normalen PvP-Server anmelden. Oder auf einen PvE-Server. Mal schauen. Können wir hier Steine? Ah. Ich bin begeistert. Was bist du? Ein Ork. Kann ich den auch einfach sammeln? Ne. Okay. Dann gönne ich den einfach nur. Es ist ein Elf, Alter. Iron Man. Komm mal. Wolf. Alter, jetzt. Hase. Wo ist mein Haus? Haus. Where are you? I want to build a house. Jetzt ist es ein Wolf. Come on. Was? Was? Ja, ja. Das hast du nicht gerechnet, ne? Dass ich so ein krasser Zauberer bin. Meine neue Waffen wären cool. Vielleicht bin ich denn gelaufen. Ziemlich weit, wie es scheint. Vielleicht brauche ich doch einen Mana-Rack-Zauber. So, was kann ich jetzt alles bauen? Mh, Magik. Schmiede. Stein. Und Kristalle. Okay. Kriegen wir hin. Da ist Stein. Guck her, du Zauberstein. Kann ich die auch... Inwiefern kann ich die ja nicht abernten. Cool. Mh, ich würde gerne... Alter. Trinket. Dafür brauche ich Eisen. Amethyst. Und Fairy Dust. Okay. Aber ich habe ja schon ein cooles Trinket. Und deswegen würde ich vorschlagen... ...dass ich mich erstmal auf Savile und Fresh halten konzentriere. Weil ich hätte nämlich ganz gerne noch eine Kiste, um den ganzen Scheiß abzulagern. Oh, da ist ein Bär. Kann ich den rösten? Jawoll. Boah, ich glaube, ich bin schon ganz schön stark. Glaub ich. Kann das sein? Ich glaube, ich gehe jetzt da oben erstmal zu diesem komischen Turm. Aber warte mal, ich mich mal gucken. Kann ich... Was kann ich denn als nächstes für eine Waffe freischalten? Ach, kann ich sogar schon. Cool. Tailoring Bench. Learn. Ah, ich habe keine Punkte. Ah, ja, genau. Scheiße. Zu diesem Turm will ich da jetzt hin. Das will ich noch machen. Also können wir jetzt den Bären... Ich habe fast keinen Bärner mehr, ne? Okay. Machen wir uns einen Bärner-Trank rein. Ich laufe jetzt in Richtung Turm, ne? Ja, gut. Ist das hier eine Straße? Tatsächlich. Schick. Alter, alter, alter. Wow. Krasser Jump, glaube ich. Alter, da hätten es eine Burg oder so. Das ist bestimmt auch so ein Spawnpoint. Gar nicht, hier kann ich einmal über die Map gucken. Wie sieht es denn so aus? Da hinten ist noch ein komischer Turm. Das ist wahrscheinlich ein Spawn. Da hinten brennt der Berg. Okay, das ist auch noch ein krasser Berg. Da ist noch ein Turm. Ich glaube, die Welt ist ziemlich cool. Ach, das ist eine Figur. Jetzt erkenne ich das erst. Krasser Typ mit Stab. Alter, der hat Ego. Sucht seinesgleichen. Der hat eine so einen Spawnpoint, schätze ich. Oder ist es einfach nur ein Wald? Ja, ist ja ganz schick, ne? Jetzt geht es wahrscheinlich einfach nur weiter mit Leveln und Freischalten und Haus bauen. Genau. Okay. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck von dem Spiel vermitteln. Ähm, bewertet das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.